In diesem Video geht es um fortgeschrittene Absatzformatierungen. Ich möchte hier das erste Beispiel in Angriff nehmen. Bei diesem Beispiel habe ich jetzt folgendes Problem. Ich habe eine Überschrift, nämlich Wappen. Das ist ein eigener Absatz, kann man anhand dieser Absatzendmarke erkennen. Der nachfolgende Text, der zu dieser Überschrift gehört, geht sich auf der vorigen Seite nicht aus und steht somit auf der nächsten Seite. Sowas sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Jetzt könnte man sagen, naja, dann drücke ich einfach am Beginn von Wappen so oft die Enter-Taste, bis der Text auf die nächste Seite springt. Sowas gehört nicht zu den guten Sitten der Textverarbeitung, weil wenn jetzt auf der ersten Seite noch weiterer Text dazukommt, habe ich irgendwann einmal das Problem, dass diese leeren Absätze auf der nächsten Seite landen und die muss ich dann wieder mühsam rauslöschen. Genauso könnte man jetzt zum Beispiel sagen, naja, dann mache ich einfach einen Seitenumbruch, zum Beispiel mit STRG und Enter. Hier habe ich aber das gleiche Problem. Ändert sich auf der ersten Seite etwas und es kommt weiterer Text dazu, dann landet der Seitenumbruch irgendwann einmal auf der nächsten Seite und dann habe ich unnötigerweise eine leere Seite hier drinnen und das möchte man auch nicht haben. Die richtige Vorgehensweise schaut jetzt folgendermaßen aus, dass man entweder diesen Absatz mit der Überschrift markiert oder sich einfach in diesen Absatz hineinstellt und dem Computer mitteilt, dass er diese Überschrift niemals vom nächsten Absatz trennen soll. Und dazu kann ich die Absatzformatierungen aufrufen. In den Absatzformatierungen gibt es ein zweites Register, Zeilen- und Seitenumbruch. Die Absatzkontrolle sollte hier schon aktiv sein. Die bleibt auch aktiv, damit der Computer ständig kontrolliert, wenn sich der Text in irgendeiner Form ändert und dass er dann natürlich die passenden Schlussfolgerungen und Aktionen setzt. Ich möchte jetzt, dass dieser Absatz nicht vom nächsten Absatz getrennt wird. Also aktiviere ich dieses Kontrollkästchen und bestätige das Ganze mit OK. Und Sie sehen, dass diese Überschrift automatisch jetzt auf die nächste Seite springt. Also es kann mir jetzt niemals passieren, dass die Überschrift vom nachfolgenden Absatz getrennt wird. Die bleiben immer in Zukunft auf der gleichen Seite. Als optisches Erkennungsmerkmal sehen Sie vor dem Absatz so ein kleines Quadrat. Das wird natürlich nicht ausgedruckt. Also wenn ich die nichtdruckbaren Text-Sonderzeichen ausschalte, verschwindet dieses Symbol. Das wird nur angezeigt, damit ich erkennen kann, hier ist ein spezielles Absatzformat eingerichtet. Schauen wir uns einen weiteren Fall an. Wir haben hier am Ende der nächsten Seite einen Absatz, der beginnt mit Kärnten grenzt und endet hier bei Sommertourismus. Da ist ja das abschließende Absatz-Endezeichen. Jetzt wird dieser Absatz auseinandergerissen. Das kann manchmal störend sein, was den Textfluss betrifft. Günstiger wäre es, wenn der komplette Absatz auf der gleichen Seite liegt. Auch hier wird man jetzt nicht mit Seitenumbrüchen hantieren oder leere Absätze machen, sondern man formatiert diesen Absatz. Entweder markiert man ihn oder man stellt sich in den Absatz hinein, ruft die Absatzformatierungen auf und sagt jetzt dem Computer, dass er diesen Absatz zusammenhalten soll, also niemals auf unterschiedliche Seiten aufteilen soll. Wenn ich jetzt mit OK bestätige, springen auch die zwei Zeilen, die vorher auf der vorigen Seite waren, automatisch auf die nächste Seite und dieser Absatz wird immer zur Gänze jetzt auf der gleichen Seite stehen. Ich möchte jetzt das Gelernte hier anwenden. Ich möchte zum einen dafür sorgen, dass dieser Absatz, der sich jetzt auf zwei Seiten verteilt, immer komplett auf einer Seite ist und dass diese Überschrift niemals vom nächsten Absatz getrennt wird. Also ich wende jetzt für diese Überschrift die entsprechende Formatierung an, nicht vom nächsten Absatz trennen und bei diesem Absatz, es reicht auch, wenn ich mich rein stelle, wähle ich die Funktion diesen Absatz zusammenhalten und jetzt passiert das, was passieren muss. Der Computer sorgt dafür, dass sowohl die Überschrift als auch der komplette Absatz jetzt auf einer neuen Seite angezeigt wird. Im Zusammenhang mit den Absatzformatierungen können Sie auch Seitenumbrüche einrichten. Ich möchte jetzt dafür sorgen, dass egal wie mein Dokument ausschaut, diese Überschrift Südalpin immer auf einer neuen Seite steht. Egal wie viel Text vorhanden ist, egal welche Formatierungen angewendet wurden, es soll immer auf einer neuen Seite beginnen. Zum Beispiel bei Kapitelüberschriften wäre das angebracht. Dazu rufe ich die Absatzformatierungen auf und sage, ich möchte einen Seitenumbruch oberhalb haben. Ich bestätige das Ganze. Der Text springt auf die nächste Seite, so wie es zu erwarten war. Was spricht jetzt für diese Möglichkeit, statt einen Seitenumbruch zum Beispiel mit einer Tastenkombination einzufügen? Es spricht dafür, dass man zum Beispiel diese Formatierung jetzt auch auf andere Textpassagen anwenden, also übertragen kann. Ich wähle diese Überschrift aus. Entweder markiere ich sie oder ich stelle mich hinein. Ich möchte jetzt das Format auch bei zwei anderen Überschriften haben. Ich klicke doppelt auf den Pinsel drauf und sage, das hätte ich gern bei Tertiär und das hätte ich auch gern bei Klima. Er weiß also, dass diese Überschriften jetzt immer am Beginn der nächsten Seite stehen sollen. Somit sehen Sie, Tertiär ist auf einer neuen Seite und Klima ist auch auf einer neuen Seite. Also ich kann diese Formatierung natürlich genauso übertragen wie andere Absatzformatierungen. So, ich möchte jetzt auch hier am Ende noch etwas formatieren. Ich möchte hier dafür sorgen, dass diese Überschrift Bodennutzung niemals vom nachfolgenden, also nächsten Absatz getrennt wird. Ich möchte, dass dieser Absatz immer zusammengehalten wird. Und jetzt möchte ich hier einen Zeilenabstand für diesen Absatz noch einrichten von mindestens zwölf Punkten. Also ich rufe die Absatzformatierungen auf. Die Zeilenabstände finde ich hier mindestens zwölf Punkte. Und Sie sehen, der Absatz braucht mehr Platz. Das geht sich auf der vorigen Seite nicht aus. Somit sorgt der Computer dafür, dass dieser Absatz auf die nächste Seite springt. Bei der Überschrift habe ich dem Computer mitgeteilt, dass dieser Absatz niemals vom nächsten Absatz getrennt werden darf. Und somit springt auch die Überschrift auf die nächste Seite. Ich habe also hier gewisse Automatismen, die mir helfen, mein Dokument passender, brauchbarer zu gestalten, ohne leere Absätze machen zu müssen, wie es leider oft genug zu sehen ist.